Dann gibt es entweder mehr Stärkere oder dann muss man statt ganz satt, ja. Naja, Ritter, aber sterben müssen wir doch alle. Naja, nur reden, nur warum, ich kann doch mit dir reden, ja. Und wo ich selber krank bin, ich weiß doch, was ich tue. Ich bin jetzt nur beschäftigt, den ganzen Tag, ich nehme um diese Zeit, nehme ich diese Tablette, um diese nehme ich diese. Dann muss ich wieder essen, dann muss ich trinken. Du weißt ja, essen, trinken und frische Luft, das ist das Leben, ja. Naja, und so, ich gehe ja jetzt nur noch mit meinem Schiebewagen, sage ich, mit diesem Kiewagen, ja. Ja, ich weiß nicht, wie der heißt, ja. Ja, Kiewagen, das ja, das sagen wir schon, aber der hat auch seinen Namen. Nur macht nichts. Naja, mit dem gehe ich in dem Zimmer, was ich habe. Und weil ich so wenig laufe, und wenn ich das erste Mal, bis ich wieder um die Schiene komme, aufstehen, das ist immer, da kann ich mal lesen. Ich dachte, ich fall gleich um, oder ich kriege die Beine nicht. Die sind wie angewachsen zum Boden, ja. Und dann, bis ich, äh, bis ich, fange an, nur, äh, Hadithi, Dvishatze, dann ist er noch, wird so lutschen, und dann geht's wieder. Nur ja, Ritter, sonst habe ich nichts erzählt, nur Krankheit. Der Voldrit est beklarsen, Dv checkk fond. Das ist alles. Untertitelung des ZDF, 2020